Ach ja, ist aber schön, ja ja. Ach du die Flitzbebe, ja ja, bist du das? Ja ja, ständig viel macht oder was? Ja, ne? Komm mal bitte, komm mal, ich zeig's dir mal, ja. Ich zeig's dir mal, ja, komm mal, ja. Stehen alle nur noch, guck mal, ja, wie voll, komm vielleicht, komm, ja. Stehen alle nur mit ihrem Handys da, ja, die ganze Zeit nur am Machen, ja, nur hier am Drücken und am Drücken und ich schreiche, ja, schreiche, 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 tue ich nur, meine Frau. Du lässt dich mal, ja? Naja, wenn nicht, dann, so witzig, ja, ha, 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 ha. Kleine Schränke, ja. Komplett vorkommen, ja, alles. Ja, guck mal, ja, das hätt's damals nicht gegeben, halt direkt, ja, VOP, nee, was weiß ich, wer das gemacht hat. Ja, alles komplett, ja. Scheiße Graffiti, ja, aber damals sind wir direkt, direkt weggeklatscht, aber. Damals, das hätten die nie wieder, hier, das, die sprieren hier hin und kriegen vor den Sack. Nie wieder, das hätt die einmal gemacht und dann nicht mehr. Aber heute, heute, über Schöner, wird müssen wir es dann, ja, schon wieder, müssen wir es dann mit deinen Schuhen anfassen, mit mir eben auf dem Fahrrad, na klar. Ja, ich hab schon ein kleines Zückli dabei, ja, ne, ja, ist das nur der Wasser, Alter, halt. Früher hab ich noch schöne Rostenpeitsche weggezogen, du, das wär mir lieber heiß, na, ja, guck mal. Vorsicht, heiß und fettig, wohl nicht mehr, jetzt vom Grün. Richtig schöne Roster jetzt reingeschoben, quer in die Kauleiste, Alter, ho, geil. 3,50, Alter, 3,50, ne, 3,50. Aber nicht hier, aber nicht hier, ne. 3,50, 3,50 ist der Wurst geworden, Alter, die Grünen wollen wohl das Spiese fressen, oder was, Alter. 4 Euro, tagelang hätten wir hier mit Spaß gehabt, wenn die heute alle nur noch mit ihren Drückern hier machen, ne, klar. Ja, die Holle ist auch ne Kack-Quatze, Alter, ey. Hi, Servus. Hallo, Servus. Servus. Hi, alles klar? Wie geht's dir? Gut, geht's mir auch klar. Freut mich, was machst du denn? Ja, ich schletter mal durch die Stadt durch, naja, mach ein kleines Studentenfilmen, guck mal. Ja, macht hier Kinder auch Sachen. Wir machen nicht so starke Kinder und Frauenrechte auf der ganzen Welt. Ja, Frauen, naja. Hast du mal ein kleines Moment für so? Frauenrechte, du, ganz schwieriges Thema, aber früher auch besser. Jetzt nicht am Schauspielen oder so? Nee. Schauspielen? Ja. Schauspieler sind aller Schlimmste. Hast du mal ins Theater geguckt, was da vor Gesocks rumläuft? Kommt das denn ins Fernseher? Das kommt nicht ins Fernsehen, das kommt nicht ins Fernsehen, ne, ne. Ah, okay. Fernsehen ist auch nur Luch und Trug. Die ganzen Medien, was die vor Scheiße erzählen, das glaubst du ja nicht. Auf jeden Fall. Ich heiß auf jeden Fall auf Instagram, äh, Marouet. Aber hast du gesehen, wie die Frauen jetzt alle rumlofen, ne? Hast du gesehen? Aber weißt du, warum? Weißt du, warum? Weg Merkel! Warum? Na ja. Jetzt denken die alle hier, die kennen ja irgendwas. Weiß ich nicht. Oh. Oh, nee. Schreibe raus. Frauen. Damals gab's eh ne Rückhand-Hor-Schicht im Schacht, weißt du. Eens muss ich sagen, ne. Die Wagenknecht, ne. Die ist nicht so ne linke Zecke. Und Höcke, der räumt jetzt hoch mal auf. Ja, die ist schon links. Ja, das ist, ey. Da wird die gleich mit aufgeräumt. Die Jugend von heute, die wüsst es gar nicht mehr zu schätzen. Was die alle sagen, jetzt dürfen sie sogar hier ihr Kraut rauchen. Wir hatten damals gar Lust, wir mussten uns wassache rauchen, weil wir nicht hatten. Ich bin ja eigentlich schon gerade auf der Suche nach dem Harry. Harald, wo bist du denn wieder? Guck mal, den finden wir schon. Ach, Harald, na moin. Prost. Was? Dann nicht. War er doch nicht. Ich hab dich getäuscht, weißt du. Warte mal. Harry, wo bist'n du? Oh, fängt das jetzt an mit Schiffen hier? Ja, durchaus. Sag mal. Wahrscheinlich geht alles vor die Hunde. Ach, Harald, na moin. Moin Haraldnien. Moin. Weißt du, ja. Ronny ist neulich gestorben. Hast du mitgekriegt? Seine Olle, die flennt jetzt den ganzen Tag, Alter. Ich glaub, sie verwechseln mich. Nee, aber sie bleibt. Ich werd' da wahrscheinlich mal vorbeigehen, ne, weil Tränen sind die beste Kleidmilch. Weißt du, was ich meine? Ja, war die Grünen wieder. Guck mal hier. Verboten, verboten, verboten. Siehst du das? Ist auch verboten, gute Politik zu machen scheinbar, ne? Na, bald wird ja aufgeräumt, du. So, Rettungsdienst, holt hoffentlich Deutschland ab, ne? Bunte Haare, ne? Kennste ihn, kennste alle. Ich sag's immer wieder, ey. Sag mal, und dann reden die sich auch wegen Klimawandel. Ein bisschen Umweltverschmutzung und so. Ich sag mal so, ne? Ein bisschen Plastien im Körper hat noch nie geschadet. Wenn du verstehst, was ich meine, ne? Verstehst du? Verstehst du? Ja, was denn, Alter? Jetzt wird sich ja wieder aufgeregt wegen den Sachen, die ich... Das war doch nur ein Spruch. Man darf ja gar nichts mehr sagen hier, Alter. Das war ja nicht die Gefühle verletzt von diesen ganzen... Ne... Uli. 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 Ja, jetzt sind wir 30. Jetzt fangen wir langsam an, einen Fingergrund zu machen. Mach ich erst mal ein kleines Praktikum. Na klar. Hast du einen Löffel oder was? Uni, Uni. Ja, also meine Arbeit ist Bücher lesen. Bist doch Student. Schwere Frage. Ja. Ja. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Da kannst du freuen, oder? Ja, geht's noch länger. Deutschland vor Merkel. Deutschland nach Merkel. Wir schaffen das. Ja, gucken Sie mal an hier. More English. Wie ist das? Ja. Hä? Tress. Ja. Ja. Da ist was zu fremd. Nicht beschützt geht bald unter. Na klar. Los, wir beschützen jetzt erstmal Usama Bin Laden. Hä? Mann, Mann, Mann. Wir werden zur Kasse gebeten, ne? Und die da oben. Oh, schön Fettlebe. Hab gestern erst mal YouTube was gesehen. Hat ja Ken Jebsen wieder hier rausgehauen. Und die RKI feilt. Oh, du. Die hab ich fast angefangen zu lesen. Aber es geht ja nicht. Es war ja alles schwarz. Ne, es haben sie ja. Wie hier die Leute, die herkommen? Ich hab sie ja ins Spiel jetzt. Ach so. Das sollst du mal mit deinem Stand machen. So, danke an Tino fürs Film. Es war wieder erste Sahnesau geil. Alter, guckt bei dem vorbei. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon wollt, guckt doch vielleicht auch wirklich mal auf Patreon vorbei, weil die Unterstützung da ist wirklich eine große Hilfe. Danke an alle Unterstützer. Und auch bei Twitch könnt ihr mal vorbeigucken. Jeden Montag und Mittwoch, 20 Uhr, bin ich da live. Supergeil. Das ist ja sogar heute, Alter. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, ne? Tschau. Gefühle verletzt von diesen ganzen Nikotin-Abhängigen. Was mach ich dann? Cut. Mach bei Nick. Ah, ja. Alles, alles... Alles wird kleiner. Was ist denn das? Kein Fahrrad mehr, Alter. Geht alles runter runter. Geht alles runter runter. Geht alles runter runter. Alter, ich war grün mit so einer Stimme kaputt. Ich wollte eigentlich auch gar nicht, dass das so sehr in so eine fremdweilige Richtung geht. Das geht sehr schnell, ne? Ja, das ist ein slippery slope, Alter. So ne, sagen wir weiter runter runter. Oh ja! Na, na, na. Das ist abge necessität.